Das ist ja ein richtiger Konstrukt hier dahinter. Da muss man irgendwo anders rein. Das ist sowas, wo wir buddeln müssen. Ja, aber wo ist dann das Symbol, das man buddeln kann? Das ist oben auf der Erde, das ist jetzt nicht hier drin. Ja, aber... Das ist ein richtiger Bunker hier hinten. Oh Gott, ist das ein Riefmuffiel. Aber warum zum Geier sagen die, hier drin gibt es das Atemgerät und... Ja, oh. Ja. Das war nicht die richtige Abteilung. Hm. Gleiche Höhle? Nee, nee, äh... Das ist schon, das ist schon das Richtige. Oder haben wir es einfach übersehen? Ja, dann gehen wir den anderen Weg nochmal zurück, aber... Das ist sehr blöd. Hier ist nix. Der Weg ist hier. Warum gibt es die Höhle, wenn hier nix ist? Ja, ja gut, wir haben dieses... Dieses Stungun, dieses... Das wird einfach... Das wird einfach nur so ein Elektroschocker sein, gell? Also da ist... Hier ist nix. Da ist auch nix, oder? Dann gehen wir mal zurück. Gehen wir mal zurück und suchen da nochmal irgendwie. Ich glaube, das ist bloß für die Stungun hier. Ja. Nee, ja... Aber ich... Ich hab noch extra gesucht... Re-Breezer und der ist hier. Also... Achso, war man hier unten schon? Weil hier am Anfang ging es noch am links ab. War man hier unten schon? Äh... Am Anfang ging es ja auch irgendwo? Äh... Äh... Echt? Ich stehe mal hier. Ja. Ob ich das komplett... Äh... Und pennt? War das nicht hier in den Nacht? Alles nicht nach ein paar Metern in der Sackgasse? Was sieht mich schlecht aus? Oh. Äh... Habe ich keine Batterien mehr? Und nee, ich hab keine Batterien mehr. Scheiße. Seht der sich wie automatisch... Achso. Ja. Wenn die komplett leer sind, das spielt. Wenn du keine Batterien mehr hast, dann ist vorbei. Ja. Aber jetzt hier gleich wahrscheinlich irgendeinen Klumpen drum. Nee, das ist nur riesig in Höhe. Oh Gott. Nimmst du einen Fackel? Ja, er schon, aber die hat halt nicht die Reichweite wie die Faschellampe. Hier geht es hoch, ja, bei mir. Ah, wir sind richtig. Ja, ich kann mich erinnern. Äh... Äh... Boah, das ist... Das ist so eine... Scheiße, äh... Ach, hier, Leute. Ich... Ich finde den Weg nicht so wirklich. Äh, weißt du, wo wir jetzt sind? Sind wir da, wo ich die... Das letzte Mal weggequält habe, ja. Äh... Äh... Da habe ich doch hier unten die Granaten hingeschmissen. Oha, scheiße, mir runtergefallen hier. Weil ich noch ein Stück Fuß... Dein Fuß ist... Was gibt's denn hier noch? Nee, da muss hier irgendwas sein. Steine... Äh... Hier im Wasser. Hand. Fuß. Hai. Hier ist er doch. Da ist doch alles da. Ach so, okay. Wenn ich hier hochkommen würde. Ach so, äh, man hat hier außenrum, äh, gehen können. So, her damit. So, da hätten wir das schon mal. Äh, worum habe ich das... Wir Taschen und mit der Hand. Wodka-Li. Urr. Ist doch alles da. Sehr schön. Noch ließ. Gut. Ich glaube... Noch mal... Ein Mannbrungen. Ich glaube, man kommt irgendwie aus dieser Nummer hier gleich wieder raus. Da ist der Heige. Ja. Ich hab doch gesagt, äh, da ist ein Hai. Ich hab von Unwerteil gehört, aber der ist halt, der ist hier drin. Ja. Äh, wo sie denn... Deswegen, deswegen liegen hier auch, äh, günstigerweise hier, äh, äh, die Beine und Hände und, äh, äh... Ja, äh, füttert das irgendwo hin hier, wenn man hier taucht, ja, keine Ahnung. Willst du an den Vorbeitragung? Ich glaub, der, der guckt mich immer schräg an, nämlich dort. Ja, äh, ich glaub, man, man, äh, man muss den Füttern, mit diesen Armen und Beinen, und dann kann man wohl an dem vorbei, oder, äh... Also, hast du, äh, hast du hier, äh, drüben, den gefunden, hier sind noch zwei so Limos hier. Ausrüsten. Oh, hier ist, hier ist er, hier hinten ist noch Draht. Möchtest du in den Arm zu geschmissen? Und, und, und jetzt ist der Sackgasse. Also, hier, hier, hier kannst du noch ein paar, noch ein paar Sachen looten hier. Draht oder so, ich glaube, hier gefunden. Aber, 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 da, aber dann ist der Sackgasse da hinten. Ich glaub, ich hab gerade den Arm ins Wasser geschmissen. Hm, hm. Hallo? Wo bist du denn? Hab ich gerade das Ding gefressen hier? Du sollst ja nicht fressen. Ach so, äh, ich hab, äh. Und dann mit G wegschmeißen, ne? Äh. Glaube, ja. Aber ich bin jetzt nicht so. Gehen hier nicht mal. Ja, äh, ich hab auch, äh, nur kurz gesagt, aber ich, hab, aber jetzt aktuell auch keine Taschellampe oder sowas. Und wenn ich so aus der Höhle, irgendwie muss ich auch gehen. Ja, wir können ja einfach wieder, äh, zurückgehen. Dann sind wir wieder da draußen. Geht, dass wir hier raus brauchen oder so? Äh, wahrscheinlich nicht mehr. Ja, ich weiß nicht, äh, wie weit man da kommt, äh, mit dem Hai. Ich weiß nicht, ob ich probiere. Keine Ahnung. Ne, ich auch nicht. Okay, abfahrt. Äh, wo ging sie raus? Äh, wo ging sie hoch? Mal. Hier? Hä? Ach, wir sind hier, glaube ich, irgendwie hier runter. Schau. Komm, wir sind hier. Wir sind hier stuck, okay. Ist das jetzt der richtige Weg? Ich hab keine Ahnung. Ja, ja. Wie geht's raus? Ja. Ich sehe leider bloß zwei Meter weit. Ich hab gar nicht gesehen. So, abfahrt. So, wahrscheinlich. Nein, nicht. Ja, genau. So, von Garten mal. Oh, verdammts du jetzt her? Du warst so wunderschönlich da. Äh, oh. Oh, Achtung, äh, da ist noch einer. Oh, zwei. Boah, da halten mich doch nie immer alle. Nimm. Nimm die Scheißknarre. So, einer ist dann. Ich hab, ich hab auch einer schossen. Warum konnte ich die Scheißlampe hier nicht mitnehmen hier? Die war super, ne? Im guten Strahler hier. Nömer, kann ich wenigstens, äh, das Feuerzeug ausrüsten? Ah, okay, wir sind gleich draußen. Was schon? Rüchte dir mal. Ich bin müde, ich bin durstig. Warte mal, ich schmeiße mal kurz hier so. Hier ist so eine Limo rein, hier. Ist nie, ja. Den müssen wir vor allen Dingen. Oh. Ja, Pennen, äh, muss ich auch, ja. Ist der Ausgang, ja. Äh, wo kommen das Pillendöschen hier? Habe ich hier zwischendrin mal, äh, Pillendöschen, äh, gelootet? Plötzlich, plötzlich hab ich wieder eins. Kann durchaus möglich sein. Oh, eins über die Tür, stimmt. Oh, okay, dann hauen wir uns das mal rein. Kleiner was zu knabbern hinterher, hier den ollen Fisch. So, für den Kopf abbeißen, geil. So, dann bloß noch mal was trinken, da sind wir eigentlich schon wieder fit. Ja. Raus hier aus der Bude. Ja. Äh. Hast du die, 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 die Schaufel auch noch auf dem Schirm, oder? Nee. Oh Gott. Sag mal kurz was. Eins, zwei, drei. Okay, passt. Ich dachte grad, mich hätt ich grad wieder verloren hier. Woll mal Richtung. Ist, ist, ist der Kelvin, äh, so nah? Ah, was macht der da oben? Kelvin? Kelvin ist, rennt er durch den Wald, ne? Was ist mit ihm? Weißt du nicht? Ich, ich stell den mal kurz, äh, auf, äh, auf Folge uns, äh, nur auf Folge mir. Irgendwann, geht's dir gut? Was los? Natürlich. Vielleicht war's, war's ihm langweilig. Er war einsam. Ja, das war die Höhle dann hier, bei denen, wo die hier oft gespießt sind. Hm. Was darf man hier noch mehr geben? Ach so, richtig, genau. Die Schaufel war das, äh, da, wo man mit, äh, über, äh, über die Zipp leihen muss. Oh ja, aber, ach, wo war'n das? Äh, Map. Map. Was haben wir ausgesucht? Das hat eh nach von den Pumpen da, ne? Wurde irgendwas looten hier? Nicht wirklich. Oh, die Fackel. Äh. Das weg? Ach, ist wahr. Da kommen auch keine Klamotten oder sowas ausziehen, oder? Kelvin, das sind unsere Kumpels. Stöck im Arsch hier. Ähm, gehen wir mal die grünen Punkte da nochmal abgehen, dass man da mit der, vielleicht die Höhle mit der Zipline finden? Ja. Äh, komm mal. Äh. Äh. Ausgesucht, noch mal rausgesucht, jetzt. Okay. Warum leckten das gerade so bei mir? Das ist ja furchtbar. Hm. Nicht. Ist der, ist der Schnee ein bisschen zu viel oder was? Ja, ich glaube. Ich geh grad gar nie, ey. Äh. Wie sauer. Kelvin, komm. Ich geh mal zu einem rechten Punkt hier. Oder warte mal dort, wo das... Das... Geh mal dort zu dem... Ausrufezei... Äh. Okay. Eigentlich kann man hier fast schon am Strand entlang laufen, oder? Kann man eigentlich hier durchdüsen, genau. Ja, ich glaube, der Schnee ist grad zu viel. Hm. Kelvin, okay. Funklos brav. Und macht er denn noch was? Nee, ich hab... Ich hab nur auf... Äh... Auf... Auffolge mir gemacht. Sonst gar nichts. Okay. Nur wenn dann 50 Maps kommen, machst du... Beseitige alles in 20 Metern und... Die werden wahrscheinlich eher ihn beseitigen. Wahrscheinlich. Okay, warte mal. Nee, dann nehmen wir erst mal... Wie kann man am besten hier... Hm. Ja, noch können wir hier am... Am Strand bleiben, weil es ist... Aber wir könnten mal schauen, ob man jetzt hat schon mal so irgendwie so... Äh... Irgendwie hochkommen. Das ist jedenfalls schon der Stoff. No. Schatt, dass man Kelvin nicht nach Medizin schicken kann. Das wär gut. Mh. Hier ist noch ein Grab. Oh Gott, was ist hier los? Wow. Hier, guck mal, hier könnten wir nicht buddeln. Äh... Ah, hier und hier auch und hier auch und hier auch und hier auch und hier auch, also bei allen Vieren. Jetzt müsste man es mal merken, dass man da dran buddeln können. Shit. Das ist echt blöd, echt blöd, echt blöd, dass man hier keine eigene Markierung setzen kann, ne? Das ist so wie dem nicht gemacht, ja, das stimmt. Jetzt hat man hier schon so ein Hightech-GPS-Ding. Ich mein, äh, kannst du mir doch nicht erzählen, dass ich da nicht hier, äh... Das alte Eriksen hier, ich mein... Nokia. Das Alter. So, äh... Was schon. Ja, sind doch drischen Spuren. Ich hab das Gefühl, dass das, das Ding geht immer weiter weg, anstatt mal näher kommen. Mhm. Oh, und wir müssen pennen unbedingt. Warte mal... Da vorn kommt ne riesige Wand, wir müssen schauen, äh, äh, äh... Dass man da nicht irgendwie... Plötzlich, äh, nicht mehr hochkommt. Am besten behalten wir uns so ein bisschen links, hä? Da scheint's irgendwie hochzugehen. Äh, links, ja. Äh, warte mal, ne, äh, ne Fekunde... Was ist denn das hier für Zeug? Weil... Weil... Weil ich hab nämlich auch unten... Unten am Strand zieh ich nämlich auch einen Haufen Zeug hier. Oh, ne, mal... Natürlich gern mit, hab ich vollkommen übersehen. Oh, okay. Oh, das schmeiß ich schon raus. Äh, sieh unten mal, dann, äh... Dann muss ich mal kurz so eine Ein-Mann-Packung hier essen. Äh, äh... 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 Wo ist es? Mitnehmen... Hey, das ist hier unten los. Hier ein Kajak, schon mal, coole Sache. Äh... Äh... Energy Drink Collected. Äh... Talanzug Collected. Ah, das können wir Virginia jetzt anziehen. Ach, nice. Äh... Und hier ist auch noch was. Achso, äh... Ne, das ist nur ne... Aqua. Ne Rettungsweste. Aber, äh... Hier liegt nur ein Haufen Zeug rum. Ist da was dabei, was man... Nehmen kann? Bananen. Magen. Chili. Ehrlich? Okay. Äh... Äh... Wieder Sommer. Das wär schön. Wann wird denn wieder richtig Sommer? Mein Sommer, den ist früher einmal egal. Hm. Oh, das sieht gut aus hier. Na, komm mal hoch, ja. Äh... Was sagt denn das GPS? Was ich, äh... 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 Die Richtung müssen wir... Äh... Wirst du mich verarschen? Das... Das Ausrufezeichen läuft weg. Komm, erzähl mir doch keinen Scheiß hier. Und da ist ne Straße jetzt gleich. Oder Straße. Also so ein Trampelpfad. Müsste da jetzt gleich sein. Aber den wär man wahrscheinlich... Puh! Bei dem Schnee wahrscheinlich eh nicht sehen. Ich würd nicht, äh... Ist das wieder das... Äh... Diese Stelle, die... Die... Die wir hier... Und das ist das Letzte, was wir noch nicht hatten, ja. Ja, also Piepen höre geht's schon mal. Aber... Da werden sicherlich wieder Typen da sein in der Nähe, hm? Oh! Da ist er auch schon. Die Kollegen hier auspacken. So. Äh... Äh... Dürfen hier sind ein paar so Krabbeln, ja. Ja... Erwischt. Ausgegrabbeln. Und nochmal geschafft. Wann ich hin? Wann ich hin? Wann ich? 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 groß ist groß und so wird er sagt knochenbauer momentan nicht wirklich aber wenn die pfeile hätte ich gern wieder hier wieder ein kreuz das ist wieder hier das ist wieder die stelle die wir schon mal hatten ist da wirklich kein ist wirklich kein buddeln symbol eigentlich auch aber das ist das blöde die symbole sind weiß und der boden ist auch weiß wir müssen wie die höhle wiederfinden wo gott versenden dort vorne alles durch den wald gott ja nicht bewegen 1 2 3 4 5 da muss man aber hin zu diesem grün weißen punkt oder grün weiße punkte ich glaube das ist die höhle wieder im hinterhaken ja ok sie kommen schon gesehen ja gut dann machen bogen oder laufen einfach in den bogen sind hinten sehen aber der läuft so quer zu uns also ich wurde verfolgt ich habe einen stalker ich muss mich immer kurz mal wieder ein pilchen reinziehen weil ich habe eine exen mit gesundheit die ist ja komplett er hat das tod ja du musst wirklich ihr habt das gott du musst wirklich wer hat er hier gerade diese diese komische schinken kopf rüstung auf dem kopf kopf rüstung ist auch schön ja die musst du ihm mit zwei pfeilen erst mal runterschießen und dann ist es weg und dann kannst du ihm direkt im kopf schießen und dann hätte also drei schüsse habe ich jetzt gerade für den typ gebraucht bei dem großen habe ich auch gerade die rüstung und dann klappt das war ja und dann ist am gefallen das hier aber schinken kopf rüstung hat die schönes doch cho ja ja